Tango Neun Monate vorhin habe ich einen Anruf von meinem Agent bekommen. Ein Anonymous-Patreon hat einen klassischen Musiker gesponsoriert, um eine Musik-Investigation zu sponieren. Ich spreche nicht Spanisch. Ein Team war alles, was ich brauchte. Kennen Sie sich aus mit Tango? Ja, oder? Er schreibt immer alle Zeit, oder wenn ich ihn etwas fragen werde, dann weiß er nicht. Diese Strecke wurde jetzt ein Herausforderung. Wir können ir zu sehen, Tangerillas. Und dort begann die reale Reise. Pastor hat mich endlich mit meiner Hand und zu finden den Tango. Die Leute in Buenos Aires sagen, dass der Tango ist von ihnen. Aber ist er vielleicht nicht der Tango der Europäer? Aber ist er vielleicht nicht der Tango der Europäer? Aber ist er vielleicht der Tango der Europäer? Ich bin nicht der Tango der Europäer. Ich bin melancholisch, dramatisch, sentimental und nostalgie. Ich glaube, dass die Argentinien so sind. Und ich habe eine Entscheidung gemacht. Ich habe eine Entscheidung gemacht. Ich will nicht nur auf den Tango sein, sondern sich die Protagonistin. Ich werde dich singen, wie du es fühlen. Und ich habe eine Entscheidung gemacht. Ich war es ein bisschen zu zu verhalten, nicht nur auf der Rollstuhl, aber zu werden, einen Protagonistin. Ich will Sie singen. Ich frage mich, was weiß ich über Tango, was weiß jeder von uns über Tango.